Musik Schon wieder haben wir den 4. Advent und somit steht nun Weihnachten unmittelbar vor der Tür. Zurückblickend wird uns allen wohl ein weiteres Jahr voller Unsicherheiten in Erinnerung bleiben. Doch lasst uns die besinnlichen Weihnachtstage nutzen, hoffnungsvoll und optimistisch dem neuen Jahr entgegen zu blicken. Denkt an die vielen schönen Momente, die auch ihr dieses Jahr hoffentlich erleben konntet. Ich wünsche euch ein friedliches und frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und fürs Jahr 2023 alles Gute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020